K hallo ihr Menschen da draußen und Jolo Smith Projekte weiter dabei ist der Julian mal wieder nach so langer Zeit ja so langer so langer Kuppel die haben die Fettung Alten habe ich gewundert wo der ganzes Koffer hin ist das ist in einem Turmreaktor was schmolzen ich denke ich kann nicht immer haben keine Ahnung wo das ist ich hab den im Inventar hier da hier ist ein Nuklearreaktor und ich werde jetzt ich bin das bei einem über dem Bett über dem Bett placen warte mal ich sitze mal nein nein Innenstadt genauer in Stadt und Wohnen und am besten ohne ich komme mit Lampen ab der bei die warum die da nicht sein nicht was sind das für Geräusche das ist von der Vortil an aber er wird auf den Mond er lieb ich gehe von meiner Reise mal gucken kann ich schick mal ein Schwein auf den Mond ich bin ach nee geht gar nicht ich habe einen Tag will er die Ernste er versteht einfach mal so eine Diamond Drill hätten wir auch 7 Diamanten geschnitten 7 nein 47 also etwas weniger ja ein bisschen nicht so viel danke nachher hier steht noch ein Kompressor von mir ein Kompressor? hm da da ah warte mal ähm warte mal was stand da vorher? gar nichts da war nichts mehr äh da habe ich noch kannst du den Kompressor ah ja da brauche ich aber ein Glasfaserkabel ja ja da müssen wir einfach ich kann wir haben bestimmt noch Diamanten über ne von den 47 oder so aber guck mal ich kann den nicht richtig umsetzen ach doch jetzt wer ach nee nee das scheiße weil dann nee mach den mal weg nochmal komplett warte mal äh ich kann den nicht komplett wegmachen ja warte wir müssen mal gucken wo der am besten hingehören könnte wo man den gut machen könnte ja ich stehe mal hier das ist auch schön wo ja genau so mit dem Grund ja hatte was genau da wo ich meine Wade Meister aber einfach mal sagen hier guck mal hier oh schick schikas da müssen wir noch so ein bisschen hier Kabel machen und kann dann nicht nimmt ihn dann nicht an oh nein jetzt jetzt ja egal jetzt guckte zwar nicht nach vorne sondern nach gar nix hin deswegen geht es nicht warte mal etwa eh jedes Blatt hin da steht mehr oder weniger scheiße hey jetzt ist er zerploppt nein ihr doch gut ach so gut ach so ihr warte mal äh mach mal das so lachen gleich mal welche nimmt ihr schon auf oder was ja äh hier das steht hier seitlich boah das hier ja bei mir nicht hä das steht bei mir seitlich ja das war bei mir auch erst immer die ganze Zeit seitlich ja warte mal dann dann setzt das mal bitte hier auf die auf die Fackel sodass es abgeht so so ja nicht nur wie ein ja noch nie ist immer noch so es muss halt so zerfallen genau ja was jetzt steht es gerade was hat er geschrieben ich kann jetzt schon alle deine Videos scheiße wie die 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 so um wir haben das genau machen ich würde einfach mal vorschlagen Nein ey wow halbes Herz ähm warum hier er hat man bitte ein bisschen ich werde mal weil ich bin grad ja klar ich brauche ein bisschen Copper ja da ist doch richtig viel drin 80 hat jetzt ich habe ein Electric 3-tap gemacht seit wann habe ich die die habe ich gemacht hab ich die gerade ausgeworfen ah ja ich wollte mich gestern noch eine machen und dann ich gebe mir so ein bisschen schönes Trip-Mining betreiben ja such mal Kupfer ein bisschen Kupfer 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 ja Lava guck du in meiner Kiste wow danke alter was meinst du was sie gestern Abend gemacht haben will ich dort ja das Erwärter noch in einer Hand also mal in der ich kann er ist alles verbraucht nein nein ich habe 57 noch aber ich habe schon 2 6 schon verbraucht äh wenn das wie 100 Prozent hat Krii Krii wird die März zum Donut Füger gemacht wow witzig ne ne ich bin ich eigentlich nicht witzig nehmen sie sagen das kann das kann wirklich nicht akzeptieren ja das ist dann wie schnell ist eine Meinung leer ne das ist kacke ne ne das ist echt kacke boah ich habe schon 7 Kupfer hast du irgendwo Kupfer noch hingelegt äh ja in der einen Kiste ach in der einen ne ja in unserer einen boah ich habe einen Schluch gefunden episch mit Eisen ja sag ich boah mit Eisen echtem Eisen äh mit gefaktem Eisen aber hä und wo ist hier bitte wir haben übrigens 11 Uranium ne da können wir erstmal ein bisschen Atomenergie betreiben ach ich hab hier noch ein bisschen dabei schon drei Stück du betreibst ne du hast drei Kopper in einer Kiste ja ich meine das ist richtig Verschwendung ich meine auch so viel Kopper einfach mal so in eine Kiste zu packen ohne eine Verwendung ah ohne einen Verwendungszweck anzugeben naja geht ja nicht voll nicht in Ordnung so ähm aber wir müssen uns Quanten Rüstung machen das Stimmen der Eltern ist man schneller ja bei einer Hose aber und es macht doch gar keinen Sinn nee aber die Hose, die Schuhe sind dafür da, dass man springen kann ok hier ist Gott was hin hier ist Gott auch so das was du sagt jetzt hätte ich hier Muster aber hast du das Glasfaserkabel gemacht nee hab ich nicht mach mal eine Ritzen Ritzen geben äh 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 Dingens geben da jemand ins Sky so meine Tür wieder voll ich bin nochmal weg ich hab hier gerade diese schöne Schlucht gefunden man muss hier zuerst mal ein bisschen wie das ist abnormal Alter ich ich hey hier unten sind einfach mal in der in der Höhle drei Schweine drin komm ihr könnt frei ha ja so jetzt hab ich schon den zweiten Leptron Crystal oder wie heißt der warum machst du so viel ja für den MFSU ah brauchen wir sechs Stück oha hä und pro Stück brauchen nochmal einen die warte mal hab ich jetzt so viele von diesen Energy Circles gemacht ich glaub ich hab davon sechs zu viel gemacht ja ich hab davon sechs zu viel gemacht das ist nicht so geil kann man aber aber die kann man immer gebrauchen sechs hm bestimmt bin ich ganz sicher ja ja du hast so den Überblick sag man hat irgendwer ja übelsten Rubberüberschuss Rubberüberschuss kann man jetzt nicht sagen hat jemand noch ein paar Rubber aber ich gehe mal an die ganze Zeit der Porto dann bisher die Robberbäume so fällen und die Stämme dann so übereinander setzen da schon aber es ist alles ich hab an einigen Bäumen noch Rubber gesehen glaub ich die nicht ja mach ich noch aber ich geh mir erst mal ein bisschen was bei IMO4U line ey Spanien 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 bitte wo der dritte hier in großen Baum yo der Typ hat so ein Radio wo ist das Radio du weißt du es ist bei der Magieecke dahinten in einer Ecke des Grundstücks da 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 so da zack zack der Typ geht ja mal übel ab kann das warum das Magie der hat 50% abgeschlossen ne 50% von 1 Rezept ach so wie schlecht ähm ich ich habe mir mal für ihn 27 Paus das wir haben uns nicht auch ein Glasfaserkabel gewünscht was weiss schon dass sie ordentlich die auskosten wenn ich mein Problem oder wir sind die Prokensums vom Secret Projekt irgendjemand nach deiner Meinung gefragt? Ne, eigentlich nicht, deswegen entschuldigen Sie Stolparallie ja, es wird nicht mehr wieder vorkommen das war nicht voll ich hab jetzt schon ich hab ja gestern in der Aufnahme einen Coppa-Song geschrieben War du Gangster kann es sein, dass Muster nicht der Hellste ist auf der Kokosnuss nein er hat nämlich die ähm die Solarenergie-Teile schräg gesetzt und über den Teilen sind noch Kabel das ist nicht so schlau die Hellste von der Kokosnuss Alter ja, wow, scheiße, hier ach, das ist ein Waypoint, aber trotzdem hier schlagen Blitze ein frag ihn mal, bist du nicht der Hellste von der Kokosnuss? nein, warte, ich hast du warte mal, wie heißen die Teile? Rubber Ohne Spaß hätten ich mal Rubberbäume Silber nehme ich jetzt mal nicht mit, ich hab kein Plan wofür ich dieses gebrauchen könnte wer hat was hat wer drei bis fünf Solarpanel? ne, ich hab leider gerade keine drei bis fünf Solarpanel über ich hab nur, ich hab nur sieben achso ah, geil, Kohle, Kohle ist richtig, äh, Gold ist richtig gut Gold, daraus lässt sich ja mit dir machen zack also die gute Mining Drill gleich auch wieder leer M-F-S-O so, da hinten er hat schon zwei Rubber alter nee der Musster, der ist echt ja so, das war jetzt kurz ein bisschen Smalltalk ist ja auch mal ja, Energie Alter, der tötet mich der Hohenzohne ich bin auf so einem Grundstück, das darf ich sogar, das ist doch schlimmer ohne Scheiß dann werf ich ich hab ein bisschen auch mit auf seinem Grundstück mit dem Portal rumgeschossen ja, du bist ja auch ein Böseiter, da ich hätte dich auch schon lange gekillt wo ist mein, ich hab übrigens ein Taumium schwer, ne? ach ja ich hab meine alte Portal dann verloren nein doch nein doch und soll ich dir auch sagen, wo? komm, komm mal hoch ernsthaft hast du, ne, ohne Spaß jetzt? ja, ich hab dich verloren ich bin verreckt und dann ist mein PC abgefuckt aber ja, wir hätten zwei gehabt nein, du bist so eine Mongo warte, dein PC ist abgekackt wegen Internet nee, nee warte mal, wo ist mein scheiß Schwert? das hab ich das hab ich kann ich das mal bitte haben ich will Muster töten auf seinem Grundstück? ich bin grad in so einer schönen Stücke auf meinem äh, wo es immer so viel Tin und sowas gibt oh, was ich jetzt nicht mehr abhauen kann ja, ich komm mal zurück, ich muss eh mein Dings aufladen aber, das geile ist er tötet mich auf meinem Grundstück und dann macht frauigen Smiley ich bin in der Luft, dann fall' ich runter das ist auch nicht so toll ich komm', dann lass' es bitte Muster ja auch und dann vorhin ne, ein Tee ich muss das echt schon voll der böse Gangster ich weiß oh, ich werde sterben, mein Jetpack ist leer oh, ach ja, und ich habe jetzt auch meinen ersten Solarhelm den ich nicht mal habe das macht mich traurig ah, wo für ein, naja, okay, Solarhelm ist mach mir auch mal Solarhelm, bitte ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Matchrail haben, ach ja, übrigens erst mal die Frage wo soll jetzt der Kompressor hin hier, ne jo, Kompressor kommt der ist doch schon da, ja, setzen wir mal hier rein, ja bitte endlich so, ähm hier sind Jetpack, warum hast du so ein anderes Jetpack dir gemacht? das habe ich nicht gemacht, das hat Muster wie geschenkt das hat dir irgendwie nichts zu tun? ne, eigentlich nicht, aber, ne, ich kann mir der hat es aus dem Grund irgendwann im Inventar gehabt oh hier liegt erstmal Gold, warum liegst du ach so da, wie geil ist das denn, das geht da durch? ja, ja wie geil ist das, sieht ja immer mega geil aus okay, ist so lange mal danach oh man, wir haben zu wichtig, egal, muss ich hier noch was reinmachen ey, oh, du hast was wehnt ah, wir haben übrigens ein Traumonomisch da komm jetzt, ne soll ich dir mal zeigen, wo ich das verloren hab? wo? kommit warte so, 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 so gib mir aber bitte mein Schwert wieder das ist da unten irgendwo in der Kiste lange, lange, weil ich brauch da, ach da, Taumonomisch ich könnte dir auch noch eins machen, ne? weil da war noch zwei Taumonomisch ne, Taumonomisch würde ich jetzt nicht unbedingt, äh, für ein Schwert ja, okay, kommit das hat irgendwie keiner gesehen, das Teil ne, warte mal, ich mach mal gerade mir ein ich mach mir gerade mal eine Dings in der Spitze 1, 2, 3 oh, mal ne Blau, ne, ich mach keine Blau, ne, ich mach keine Blau, ne, ich mach Grün viel lieber 1, 3 ja, grün ist auch schöner ja, irgendwie schon, also, muss man es quasi sagen jeder, der Grün mag, er, man sollte ihn eigentlich, ah abstechen äh, ah, kannst du bitte zwei Elektronik Circle machen? äh, mit Woche 5 ach so, auch gut äh, denn dann könnten, und, hast du, hast jetzt eigentlich nicht, ups, Glasvaterkabel ohne Scheiß, nein, hab ich immer noch nicht, ich weiß gar nicht, wie geht haben wir noch Diamanten? ey, klar ähm, ich mach jetzt als erstes Mal Enträgenstein, warte mal, Miniumscherben, äh, Miniumstein, ich mach mal rein, mal rein, mal ganz gut, ich muss Miniumstein machen, dafür braucht na, ich hab noch Schieb mal drin Jona, hey, ey, ohne Spaß, ne hier ist ne Witch ne Witch ne Witch, und hier so ein riesen Zombie ähm, was man das denn sagt hier ist ein riesen Zombie im Wasser nein komm her, n'Jong ja, ne, noch kleiner, ein bisschen kleiner hä, wo bist du denn? ich komm zurück warte, was soll ich gerade machen, jetzt wollte ich gerade mal konstruktiv werden und jetzt, äh, ach genau, ein Miniumstein und Regenstein Stein, Eisen und Gold, das krieg ich doch wohl locker hin haben wir irgendwo gebrannten Stein da haben wir 1,2,3,4 dann Gold 1 und 1,2,3,4 1 oh, unser Eisen ist einfach mal voll warte mal kurz, ist echt unscheiß, warte mal kurz ja, wir haben überviele Eisen na, glaub ich dir nicht what, wo hast du es her? ja, weil guck mal, ich kann dir mal die Maschine erklären, ja? nein, erstmal kommst du mal mit, bitte warte mal ich hab bitte gesagt, du musst ich komm gerade hier nicht irgendwie so drauf klar, warum geht denn das nicht? muss da einer hin und da einer hin ah, jetzt hab ich Trägenstein gut und dann mach ich jetzt ganz kurz noch das Ding fertig, ich glaube Julian? ja? ich dachte, du wärst weg ja, bin ich auch warte mal, Zeit für 5 so, jetzt fick ich nur noch einen so'n Scheiß so, Julian, gib mal bitte die Zange komm ja bebe so, in der Zeit mach ich, wir machen mal ein paar Diamanten, ja? äh, warte hier ach so, du brauchst welche ja, kein Problem, soll ich mal weg obwohl, wir haben noch viele Diamanten, ne? warte mal, jetzt, Glasfaserkabel ich glaube, ich hab ihn kannst mal die Glas abhauen und das Brennen gehen da, wir haben noch Glas wo denn? hier ja, hier ja, aber voll weniger äh, in 30 ja aber jetzt kommt doch erstmal mit Jonas warte mal, ok kommen sie bitte mit wie ging denn Glasfaserkabel? klar, sind das nicht so? ah, Reds, oh Scheiße, und kein Reds mehr, oder? aber ich hab nur noch 440, das bräuch ich selber, das gibt's nicht nein, warte, Krassungen wer sind er kommt jetzt mit ja, aber ich glaube, dass ich schon ich muss jetzt nur, hier 3, und auch 6 Reds, dann am Ende, dann kann ich mitkommen 6 Reds, dann größer nicht, wo auch schon wieder nur ein halbes Herz jetzt ja, ich hab ja ich hab ja Longfallboots ich wäre dir ja, Apropos Longfallboots, warum mach ich mir nicht keiner? so, jetzt mal erstmal ordentlich Glasfaserkabel ja, warum mach ich mir keine Longfallboots? ich mein, du bist sehr wichtig für den Projekt eigentlich schon also auch wieder könnte ich bitte vier Diamanten von mein Diamanten oder von Musters Diamanten hallo, die liegen in der Kiste ja, angehe ich sie gar keine Diamanten hinterher ja, genau ich hab ja keine Longfallboots warte ach du weißt, wie die gecraft werden? nee vier Diamanten draus du musst ja zweimal die machen, ne? ja, ja und jetzt hab ich die zweimal und jetzt zusammen so, und jetzt hab ich Long, kann ich mir auch einen Schuh nur anziehen? nee, hab ich auch versucht scheiße, dann bist du auf dem linken Bein nur du musst immer auf links landen, ne? ah, auf rechts, ah! das, das, miese Sache ja, dann fällt so auf den Boden, dass sich die Beier in den Oberkörper reinbohren und dadurch ist deine Schießstellung der Wirbelsäule behoben yeah, endlich sonst jetzt folge mir ich seh dich gar nicht mehr, ach da boom, yeah warte mal, ich hab, oh, ich hab auch noch Energie hier, ne hört sich das schön an, komm warte mal arbeitet das Ding noch sonst könnte ich eben mal die nächsten Sachen reinpacken so, packen wir mal Eisen rein ja, ist kein Problem, ne, dass du mir nicht folgst ja, nö, ist eigentlich alles gut wenn man der zombies ist, das lange nicht mehr nee, den zum Beispiel möchte ich dir auch gar nicht zeigen so geht er rein jetzt da ist sie äh, Mist du bist kann ich durch jetzt? ja, jetzt hab ich hier weggemacht komm mal zu mir ab, der Service bei euch genauso nee nee na, ich hab, bin doppelt, also ich bin doppelt, so wie ich hab doppelt so viel A's verwendet wo du Angeber ja, ich mein, es muss so mal erwähnt werden aber warte kurz, bevor du wiederum geholtst, dass wir die eine Portugan dafür diese Portugan ein Schweinesteak so an den Dingen so, und jeder ist alles verloren oh, wie, hey, was ist denn das? das ist ein kleiner Tempel und da unten sind drei Kisten die alle leer, aber lass mal die Spawner hier abbauen warte, nein, nein, die immer mehr Portuganen äh, hier geht es auch noch zu die Gugel, da siehst du es oh, bitte 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 bitte, wir müssen, bitte bitte, wir müssen die ausleuchten ich hab den ein, ich hab den ein, zwei und dahin war auch noch in an jeden Fall und bei, wenn wir nachlaufen, auf ein Ding, wo es Grundstücksteller ey, hast du, gib mal, gib ne Fackel dann machen wir den kaputt oder haben wir, dann haben wir einen Schweinesborner ach so, ne, ja, wir müssen ihn behalten, weil wir machen wir ne epische, warte, wir machen das so, dass die runterfallen ach, das bringt uns eigentlich auch nichts, weil dann kriegen wir kein Level hey, aber man, irgendwie kriegt ihn doch Level ja, dafür braucht man brain of the, äh, da oder sowas ja, 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 dann nehmen wir das, aber das ist mit Magie und was denn? ja, das braucht, das braucht man noch wir schaffen mal locker, vier Minuten du, ey, was eigentlich für deine hohen Fehlstellungen, haben sie die behoben? ja, gestern welchen Arzt war ganz schlau hat es alles gepasst so, warte mal hier, ne da ist er jetzt ist gut? ist Weltklasse und dann wollen wir den anderen in der Zeit mache ich hier das Feld, um mal die Feldarbeit ne, die Frauen... glaubt ihr jetzt, ist das Portal offen? ich weiß nicht wo das dem Portal ist ja, das, äh, das ja, ist offen, jetzt ist offen ja, gut was war das andere Skelett, ne? lass den einfach beim Muster hinstellen jetzt vorne warte, lass irgendwo, warte mal, lass eine Kammer in unser... eine Kammer, höh 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 naja, unsere Armee wird kommen weiter spawnen, dass hier sind aber nur zweist von einer, ne? ja, wegen doch, wie geht's, werde ich mal angegriffen, oder packen, oder plagen kracken, also ein das ist das fiesische schimpf, ne? aber nein, nicht, ist es zwar schon da 1 von der Star der andere steht hier in Luft ja, ist er da? äh, ist er da, ja ja, dann habe ich nämlich das Portal geschickt boah, eins gelett warte mal, jetzt bin ich 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 ähm nein, wir machen jetzt mal eine Dunkelkammer ja, ich bin gerade dabei, richtig geile zu bauen okay, so lange mache ich mein Electronic Dingensbums wieder weiter dein Dingensbums ach, da spiele ich mir lange noch mal kurz an meine Eicherung oh, geil oh man ey, wenn ich daran denke jetzt können wir nicht mal achten, toll ja, auch noch mal vorbei okay, tschüss Leute, Julian kommt vorbei äh, so jetzt ist vorbei das mach ich mir einfach mal mit deinem damit, hast du nicht irgendeine Ahnung von Magie? ja, doch, doch, ja, nee, eigentlich nicht äh, nee, eigentlich nicht äh, nee, eigentlich nicht von den Rappertzeugen, da musst du mir nicht gleich alles klauen warte, jona ja, jona so, das hat es eigentlich, mit diesem Teil, diese immer so Pusten auf sich, die wir auch haben mit Lava die Pusten, ah, das sind, äh, das sind Pumpen, also quasi die Pumpen, die Pumpen, auch in der Hölle stellen, ne? nee, nee, das ist alles andere so, stell dich mal in das Loch hier nee, das Loch warte mal, nee, eins dieser macht ja das noch was macht er eigentlich hier, baute ich ne Stadt auf hier kommen bitte die Spawner rein ja, dann kannst du das selber machen ich hab die Portal dann gerade nicht ach so, gerade, ne? alter, ist das unnötig, bin grad dabei hier abzubauen ja, nee, warte, ich will nur, ey, ich hab Eisen freigelegt sag, wenn du der Spawner da ist ja, noch nicht, warte, ich bin noch gar nicht fertig hier ist er da? ja, aber noch nicht, jetzt ist er wieder zurückgekommen echt, wo ist er, der ist weg? der ist hier, jetzt sind sie beide da wieso geh ich, bringst, trägst du dich einfach hier mal her warte setzt sie bitte aber auf den Boden beide in jeder Ecke ein, warte mal, setz den, setz den ein, hier rein dann gehst du bitte da weg, den anderen hier rein und jetzt komm hier raus mach dazu, ne? mit Glas, oh ja eine, ne, besommene, raffinierte Idee war das vor allem, weil es immer schön Hader ist und garantiert keine Monster das ist mir wert sag, können wir nicht denn auch so Lohnspawn und das mitnehmen? okay, wir können alles mitnehmen das ist immer geil, das ist ein Dronespawn und holen dann müssen wir nur einen finden, also in der Helle Hölle, Hölle, Hölle sag mal also, die sind ja eigentlich ist das hier so ein Team, Teambuilding, ne? kein Secret Project, jeder hilft jedem und jeder hilft Julien und keiner hilft mir ja genau genau darum geht es ja, das ist das Prinzip und deswegen gönne ich mir noch mal hier ein bisschen Rubber von Elias also nicht aus der Kette oh, der hat Sextrauber, die lass ich mir aber mal weil ich ein netter Cabin yeah, ich hab dunkel genug gekriegt in unserer Blackbox ho 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 die einfach nur mal richtig scheiße aussieht, aber das ist egal ein Zombie und ein Skelett zwei Zombies und ein Skelett warte, und da der hat einen Stein in der Hand zwei Zombies und drei Skelette wir müssen einen Hopper bauen was ein Hopper? ach so, die äh, genau und da unter Kisten und die da alle so auf dem Boden ausbauen und immer wenn die Viecher sterben, verlieren die ja seitens und die werden dann in Kisten weiter geleitet schlaue Idee umsetzung unwahrscheinlich ja, mal sehen, ne aber warum sollten die sterben? keine Ahnung, mach mal ne ja, ich sag doch, soweit bin ich noch nicht so, das muss noch aufgearbeitet werden ja, ja, ich bin gerade dabei bei wichtigen Dingen äh, wie macht man nochmal so'n Scheiß Kabel äh, gar kein Kabel doch hier Kupferkabel äh, ach, mit Kupfer ne doch, mit Nürnberg nein, Kupfer kommt da gar nicht rein oh, sorry so, hier ist ja schon was drinne in dem Project Table ja, den würde ich auch nicht benutzen jetzt quasi, dass ich ach, Kupfer braucht man ja dafür oder, das wollen wir nicht nochmal dafür ach so, ja, jetzt wird's jetzt wird's jetzt macht alles ein Sinn ja, dein ganzes Leben hat endlich hat sich verbessert jetzt, wo du endlich weißt, wer wirklich deine Mutter ist äh, dein Vater deine, deine, deine alte Mutter deine, deine, deine alte Mutter ja, da, 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 gleich ist der, äh, äh, mf, ist unfällig, ach, ja, noch lange ist es ja nicht fällig scheiße, dafür, ich hab jetzt ungefähr dieses Viertel schon geschafft boah, haben wir Bronze Silber und Gold ah, man braucht es echt noch warte mal äh, kannst du mir bitte ein Electron X Circle machen ja, ich hab grad nicht die Items dafür das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht ein bisschen, ne quasi Maschinenblock und zwei Maschinenblock macht man mit Refined Iron ein das wird grad mir so übel Material auf fernsig äh, ich muss mein Jet Set Jetpack aufladen Jet Set du 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 ne? weiß ihr Bescheid? ja, jetzt, jetzt wo jetzt mach ich auch mein Leben einen Sinn endlich das freut mich vielleicht ja so weißt, was ich mache, weil ich weiß, dass die Crap und Branche für mich entdeckt ja ja aber schon lange, ne aber nicht wir gucken ist schön, ne so, dann nehme ich mal so ein bisschen davon mit vielleicht noch so, wenn man, ich war gestern zu lange fahren und die Kiste schon wieder leer ne, geht sogar eigentlich voll geht sogar noch, ne und ich hab sogar noch elf im Moment du hättest noch ein bisschen Kupfer, äh, Rapper fahren wollen ähm, ja und das hätt irgendwie keiner Rubber weil mal vier Stück davon, ne ich ich hab übrigens nur zwei von diesen roten Diamanten zu Wege gemacht so, klar, die brauchen wir uns vor eigentlich nie und deswegen war's ganz schön scheiße aber sonst war's gut ja, sonst war's wirklich gut ja soll mal gucken sein Maschinenblock und ah, warte mal ey, dieses Haus das Gebäude sieht so scheiße aus, aber unglaublich oh, mir fiel ohne Scheiß zwei Rubberteiler denn lass doch nur einen Keller bauen und wie so ein Bär, weißt du noch? unser Bär kommt zum Enser warte ganz kurz ähm, Nordkorea dann bauen wir uns auch eine nukleare Waffe warte mal, mein ich will da ist ein Elektron oh, ähm, zack immer weg der Zorn ähm, oh, da kommt der Robert durch, wie geil sieht das denn eigentlich aus? uhr so, was war's? nein, ich habe kein Jetpack und keine Longvorboot und kein Leben doch, doch, die Longvorboot, die habe ich oh, das gut die Longvorboot, an einem Leben verändert endlich seit ich Longvorboot habe, geht es dir besser mal nicht zum negativen der Traum in einem Rektion alle die werden ja auch und ein Koffer die Falltüren ist eine Sache damit würde ich mich nicht abgeben die haben die Piraten früher schon benutzt die Piraten in auch die Geschichte mit dem Bruder vorgelegt für ein bisschen als Englisch weißt du noch Nähmann mit ihr es vergessen er dringend ich glaube es ist nicht mit den Eltern ich mache mir Sorgen wegen der Entwicklung schon wieder die Kunst so ein bisschen zurückgeblieben Ego gemalt dass sie an ja ich bin ja nicht da ich bin das auch verhaut nach und heule immer ohne Spaß haben die Brunze für mich Brunzig 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 für den MF so ich glaube Brunzig kann man da nicht so finden er weiß noch als wir letzt mal der erste Jahr noch auch doch du kannst Brunzig mit Koppa und Kinn ja ich mache ich mal Brunzig 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 was machst du denn ähm warte ich guck nach ähm warte Moment 3 yo alter übertreibt es mal richtig mit Energie durch Solarenergie wer Muster das kann er nicht alles gecraftet haben ohne Spaß ja das finde ich auch 2,4,6,8,10,12 hör auf verpiss dich doch willst du alter hä und das alles ohne Aufnahme will mich verarschen zufällig ne so verreckt das kann nicht sein ohne Spaß naja bei Machita m Alter wie übertrieben auch und jetzt alles noch als lächerliche Tina ich meine die Mette ohne Spaß kann nicht sein obwohl ich was er hier aus dem was hat er der was hat er hier hinten ähm mein erster Generator der Generator treibt die Badbox ach so ok also Alter hier nochmal komm mal zu mich bitte also chill wait a second guck dir das hier mal an ja ist so ohne Spaß ja das ist ein bisschen viel ne ja soll das schieben ich meine wir lassen uns nicht auf so ein Niveau hinab ey komm eigentlich können wir uns jetzt auch mal ein paar so lange gehen ich brauche unbedingt Brunkf der Brunkse habe ich jetzt hier ja geil mach mal wenn man hier ist ein Niederlieb kannst du ganz kurz mal Bronstein Misch ist wieder ein Teil kannst du bitte Branche mit Refined Iron und hin kreuzen dann mach ich halt selber Stahlbarren lassen sich durch Stahlnuggets aber Stahl weiß ich nicht wie man das bekommt ja warum auch Stahl wofür brauchen wir Stahl keine Ahnung wenn du es in in einem Blast Furnace mit ähm mit 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 einem Brecheisen und Kohle verbrennt was Kohle und Eisenbahn ok 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 er geht das eigentlich auch instantieren die Kiste rein vom Kompressor ja ja nie vom Kompressor noch nicht naja ich ja ja hallo hast du grad gehört was denn ich hab Besuche gekriegt aber jetzt ist es wieder weg von wem mein Bruder er wollte mir irgendwas sagen so Julian ach ja mein Penis ist immer wieder gewachsen echt die ist nicht mehr 5 jetzt sind schon 7 cm wenn er groß ist wenn es hochkommt ähm ah ein Kompressor so die beiden Peile brauche ich so warte mal wir könnten aber den Kompressor ah das wird schwer den Kompressor so anzuschließen nee aber Kompressor muss auch nicht so alt hast du cold hast äh ich brauche ein bisschen cold oh danke ja ich meine ich muss die wirklich ne ey weißt du was ich bringe Eisenbahnen ich trenne sie jetzt einfach meinen hier einfach so ach ja ich kann nen Nukleon Fektor anschließend habe mir in der Aufnahme einen gecrafted Kuhl man ist klar dort mehr er hat auf einmal alles ja ich war ich hatte über den zu viel von dem Zeug gemacht ich bin der wie die Bomber der wird mit Korea sagt neue und sieben und achten ich bin in 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 tres in 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 ihn 11 1 werden Lüften ich weiß nicht wie die gehen ich muss gerade mal gucken warten wir haben ich meine ab hier genau ich habe 18 m oder sie durchschießt mehr ich will die Bündnis er kann er in der Art und klar mit der Woche hätten ihn als sie mit der nach dem Motiv das ist ein bisschen was man so jetzt wo haben wir Oranium ein in der rechten Kiste hinten ja okay das ist der Kompressor leer gerade weil das muss jeder Kompressor machen Oha dort abgeben wieder in der Reihe direkt wie fein und wenn man er hat man haben wir jetzt noch nicht von auch Redstone Eklos um da haben wir gleich den MFSU ich glaube das war das sieben wie fein guter Lass aber gleich mal nach obwohl man da einen Stopp machen heute oder nein nein die dann was machst du was er hat den Gesetz die denn die Beckschämme jetzt gebeten müssen entfernt ja macht den der ist weg verpiss ich du hast ihn gesetzt jetzt ist es unser nein komm die Nieder ja ich lass ihn einfach fallen da er kommt runter wenn der jetzt explodiert ne du hast jetzt ein Atombomobil von unten fliegt da ist er doch wir haben zwei Uraniumzellen wir sollten jetzt nicht übertreiben das erst mal zwei und wie heißen die dann die anderen und wie heißt diese Teile Oraniumfels doch hier ist er it wanted oha eisengitter Diamant oha 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 wir brauchen richtig gut warte mal fang mal an ein HV-Transformer hast ihn immer noch nicht wiedergegeben ja doch da steht er denke um in der Luft da ist er was ist er da bin ich doch hier so jetzt mach ich mal ein paar eisengitter ich hab keine Ahnung wer zu viel machen aber ist egal na komm gleich acht raus glaube ich rubber plus um zwei mal zwei plus so und so so wir brauchen schon wieder rubber klar kein Problem so jetzt haben wir erst mal genug eisengitter so ich glaube wir haben ein bisschen übertrieben mit eisengittern dann ist es wie schaffst du refined Iron zu viel so gut wo ist die Kohle die hier drin war so ich glaube wir müssten jetzt echt mal eine Aufnahmeporte machen weil gleich ist eine ganze Zeit überschritten ach so und deswegen denken wir wer ist schlauer vielleicht machen wir gleich noch weiter mal gucken ok ok naja dann würde ich sagen beenden wir das Ding hier und versuchen dann in der nächsten Aufnahme in Atomkrafthandel einzusteigen ich bedanke mich fürs Zuschauen schön dass ihr meinen Kanal abonniert habt nein ok wir sehen uns dann würde ich einfach quasi mal so sagen in der nächsten Aufnahme wieder ähm wir haben schon wieder mal 40 Minuten aufgenommen und ja dann dann und schön Mild Öl und dann